Also bleibt es nur in der Küche? Also nie in der Jahrhundert. Liegt die Mutter noch? Nein. Ist es dann der Art, dass mehrere die Hände lernen? Und bis zu spät, dass die Auseinandersetzungen kommen? Ja sicher, das ist, also, das ist, also, ich, ich schreibe ja auch andere Figuren, die sozusagen Hauptfiguren sind, die nehme ich mir vor, weil ich sie näher kennenlernen möchte, die Figuren. Und, also ich schreibe ja, weil ich Fragen an die Figuren habe oder etwas wissen will. Und so war es auch hier. Und ich glaube, es ist mir selber so richtig durch die Arbeit im Buch nah geworden, wie kompliziert, wenn auch relativ privilegiert, diese Situation war für diese 21-Jährigen in Rom. Und, also wir können uns das ja wirklich heute, wenn ich, ganz schlecht vorstellen, also was auch Krieg konkret hieß. Also, dass eben jeder Brief konnte der letzte sein, das wusste man unbewusst, ganz eindeutig. Und man sprach noch nicht so darüber. Also, allein sowas, ja. Also das ist schon der Versuch, also diese junge Frau und damit diese Situation insgesamt besser zu verstehen. Kansas. K Litters. K BURKIT. K LNK. K Litters. K Mathew. K лучше. Kcieżern. Vielen Dank.